Die Sorge vor einem Vulkanausbruch in der Metropolregion Neapel ist derzeit groß. Nicht der Vesuv, sondern die pflegreschen Felder zeigen sich sehr aktiv. Sie gelten zudem als Supervulkan. In letzter Zeit häufen sich Erdbeben, einzelne so stark wie seit 40 Jahren nicht. Gebäudeschäden und Risse in den Straßen, die Menschen vor Ort haben Angst. Angst vor weiteren Beben und Sorge vor einem Vulkanausbruch. Ich spürte ein starkes Beben und hörte all diese Dinge. Ein Donnern und Krachen, es war ziemlich stark. Und da bekam ich große Angst. Zudem wölbt sich der Boden in der Region immer weiter auf. In den letzten Jahren bereits um über einen Meter, mit einer Rate von über 15 Millimeter pro Monat. Hier direkt an der Küste sieht man die Inflation, die Bodenhebung mit am deutlichsten. Hier, wo früher überall Wasser war, das liegt im Trockenen. Das Meer hat sich einige Meter zurückgezogen. Auch im Hafen von Pozzuoli liegen viele kleine Boote im Trockenen. Die Menschen vor Ort sind verunsichert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wegziehen oder hierbleiben. Die Regierung sagt, alles ist okay, alles ist gut. Doch meine persönliche Meinung ist, überhaupt nichts ist in Ordnung. Wir spüren die Veränderungen hier, aber was sollen wir machen? Im Auto schlafen? Mit einem Baby? Das ist nicht gut. Die zunehmende Hebung des Bodens deutet auf einen immer höheren inneren Druck unter der Erde hin. Steigt der Druck weiter, wird die Erdoberfläche darüber immer instabiler. Dann besteht die Gefahr einer Eruption. Von einem Supervulkanausbruch, ein typischer Medienbegriff, wollen die Experten aber nicht sprechen. Supervulkan oder Superausbruch ist kein Fachbegriff der Vulkanologie. Doch wir haben es hier mit einem sehr großen Vulkan zu tun, einer Caldera von zwölf Kilometern Durchmesser. Mit wiederum vielen einzelnen Vulkanen. Ein großer Ausbruch ist in der Zukunft möglich, doch wir sehen im Moment keine Anzeichen dafür. Viel wahrscheinlicher wäre eine viel kleinere Eruption oder Wasserdampfexplosion. Diese könnte in der dicht bebauten Region trotzdem für große Probleme sorgen. Die Erde wölbt sich weiter auf. Verantwortlich dafür sind Gase und Fluide. Dieses Auf und Ab beobachtet man schon seit Hunderten von Jahren. Momentan ist die Inflation groß, wir beobachten deshalb den Vulkan sehr genau. Wir hoffen, dass es nicht zu einem Ausbruch kommen wird. Vorhersagen können wir das aber nicht. Der Bodenspiegel ist heute so hoch wie nie zuvor in den letzten Jahrhunderten. Ob und wann es zu einem neuen Ausbruch kommen wird, lässt sich jedoch nicht abschätzen. Es könnte Monate, Jahre oder sogar Jahrhunderte dauern. Es könnte sich aber auch wieder beruhigen, ganz ohne Eruption. Die Ungewissheit ist groß. Der italienische Zivilschutz arbeitet deshalb an einem groß angelegten Evakuierungsplan für die dicht besiedelte Region rund um Neapel. Dieser sieht für den Extremfall die Evakuierung von 1,3 Millionen Menschen innerhalb von 72 Stunden vor. Hoffen wir, dass es nicht zu weit kommen wird. Aus Neapel, ich bin Marco Kaschuba von Wetter Online.